Okay, ähm, gehen wir mal hier rein. Wohin gedenkst du zu gehen? Das ist mein Raum, weißt du? Äh, Entschuldigung. Okay. Mit ihm können wir wahrscheinlich nicht reden. Ah, doch. Kann ich durch? Vielleicht später. Äh, gehen wir mal hier rein. Raum Nummer 24. Das alte Paar. Mhm. Okay. Hey, was machen Sie da? Das ist unhöflich, wissen Sie? Hey. Hör auf, mich anzuschreien und lass mich in Ruhe. Hey. Ruhe. Hey. Warum solltest du... Entschuldigen Sie. Benötigen Sie Hilfe bei dem Rätsel? Nein, ich schaffe das. Hör auf, unseren Gast anzubrüllen. Würdest du dir nicht von ihm helfen lassen? Du hast bereits Tage mit diesem Teil verbracht. Ruhe, Frau! Mister, so schreist du mich nicht an. Du gibst ihm besser das Rätsel. Ansonsten... Tut mir leid, meine Liebe. Schön. Niemals wirst du... Okay. Ich werde es versuchen. Dankeschön. Ja, was auch immer. Okay. Ich konnte das letzte leider nicht mehr lesen. Wahrscheinlich stand da irgendwas... Du wirst es niemals lösen. Naja. Wie geht's? Hör auf! Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Nö. Können wir nicht mit ihr sprechen? Nö. So. Ein Rätsel. Ähm, ich wollte... Okay, wir können das Rätsel soweit nicht benutzen. Lauschen. Zuhören. Da ist etwas faul an ihm. Ich weiß. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten gewinnt er weiterhin. Früher oder später wird sich sein Glück wenden. Dennoch war es dumm, sich auf seine Bedingungen einzulassen. Heute ist unser Moment zu glänzen. Ich hoffe es, Liebling. Okay. Also die haben anscheinend auch etwas gegen... Wie hieß er? Blackbell? Müssen wir jetzt ihm das Rätsel geben? Äh, nein, nein. Popanz. Hier. Sie sehen wie ein cleverer Mann aus. Oh, dankeschön. Benötigst du etwas? Ich habe Probleme, dieses Rätsel zu lösen. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Du bist zum richtigen Mann gekommen dafür. Dafür gekommen ich, George Blackwell, bin der Meister der Rätsel. Geh drüber, bitte. Hier, bitte sehr. Jetzt lasst mich mich nur noch konzentrieren und das sollte nicht lange dauern. Alles klar. Hihihi. Schöne Ablenkung. Der rote Blick, Teil 2. Okay. Das ist ein Safe aus massivem Stahl. Versteckt er etwas? Ich benötige die Kombination, um es herauszufinden. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh bitte nicht. Nicht wieder verstecken. Wie läuft es? Wow. Er ist konzentriert. So. Mal sehen. Also wo könnten wir jetzt die Kombination herbekommen? Da es sein Safe ist, müsste man doch eigentlich irgendwie in sein Zimmer auf Hinweise stoßen, oder nicht? Hier können wir nichts durch. Hm. Mit dem Fernseher können wir auch nichts machen und wir haben keine weiteren Gegenstände dabei. Oh. Mit ihm können wir wahrscheinlich nicht reden. Wie um alles in der Welt gewinnt er wieder und wieder. Ich werde misstrauisch. Beruhige dich, Schatz. Ich stimme zu. Etwas geht hier vor sich. Wir werden heute gewinnen. Gewinnen, Schatz. Ich bin mir sicher. Ich hoffe es. Wir haben noch nie zuvor gewonnen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich kriege manchmal das mit den Stimmen nicht ganz hin. Entschuldigung. Ach so, ja. Hm. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Wenn er jeden Tag gewinnt. Hm. Mal gucken. Aber warum können wir mit ihr nicht sprechen? Hm. Na, er wird uns wahrscheinlich wieder nur sagen, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen. Hau ab! Hm. Natürlich nicht. Hm. Er ist sehr konzentriert. Ja. Hm. Also wir müssten wahrscheinlich hier im Zimmer irgendwelche Hinweise finden. Hm. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht hier in den Schubladen oder so. Nö. Hm. Aus massivem Stahl. Ist klar. Ich gehe mal hier rein. Oh. Okay. Ich benötige nur einen Stift, damit ich die Lösung aufschreiben kann. Dieses Kind wird erstaunt sein, zu sehen, wie unglaublich ich bin. Vielleicht belohnt er mich sogar? Oh, aufregend. Okay, Georgie, Junge. Konzentrier dich. Die Kombination. Sechs. Vier. Neun. Sesam, öffne dich. Alles klar, jetzt, wo ich meinen Stift habe. Hm. Vielleicht sollte ich mich etwas aufbrezeln, um das Kind wirklich zu beeindrucken. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, das würde ihn sehr beeindrucken. Nein, nein, hau ab. Hau ab. Auf der anderen Seite... Wäre das zu viel? Ja, ja, ich muss cool bleiben. Zeit zu beeindrucken. Ja, ja, kleiner Spannungsaufbau. Ha. Und wir können wieder raus. Puh, das war knapp. Überhaupt nicht unangenehm. Ne, nur wirklich nicht. Äh, sechs, vier, neun. Sehr schön. Was zum Teufel ist das für ein Teil? Oh, ich verstehe. Er betrügt beim Kartenspielen. Dieses Werkzeug holt einen Ass aus seinem Ärmel. Kein Wunder, dass er immer gewinnt. Ich denke, ich könnte ihn einfach sabotieren. Oh, sehr schön. Das sollte funktionieren. Er wird nichts merken, bevor es zu spät ist. So, die Tat ist vollbracht. Heute wird sich sein Glück ändern. Na, das wollen wir doch... ...hoffen. Schon wieder dieses Symbol. Hm. Die Frage ist wirklich, was hat das zu bedeuten? Oh je, Verzeihung. So, mal gucken. Äh, sprechen. Wie läuft das? Okay, immer noch sehr konzentriert. Äh, ja, mal sehen. Ich glaube, mit den Leuten brauchen wir jetzt nicht mehr großartig zu reden, oder? Vielleicht später. Hm. Können wir so mit den beiden... Oh, Moment, die sind weggegangen. Die können wir jetzt hier rein. Oh. Erinnere dich an den Albtraum. Okay. An meine Albträume erinnere ich mich nur ungerne. Was zur Hölle ist das für ein Teil? Es ist so hypnotisierend. Was war dies? Dieses Geräusch? Nicht, es ist schon wieder... Ich... Ich bin verängstigt. Kindheitserinnerung, Albtraum. Oh. Oh je, der kleine Price. Oh, es ist ein schönes Zimmer. Mit dem Teddy. Mit der Rakete an der Wand. Ja. Hier bin ich. Komm näher. Ich mag dich nicht. Geh weg. Es ist zu dunkel dort drin. Okay. Ja, nur was können wir jetzt machen? Was ist das? Willst du etwa weinen? Du bist wertlos. Bitte, geh weg. Sogar deine Freunde in der Schule lachen über dich. Oh, warte. Du hast gar keine Freunde. Oh, tut mir so leid. Deine Eltern lieben dich nicht. Sie wollen dich nicht. Sie werden dich alleine lassen. Mutter. Vater. Was ist los, Schatz? Hattest du einen bösen Traum? Ich, ich hörte erneut ein Geflüster. Oh, mein kleiner Junge. Hier ist nichts, wovor du Angst haben musst. Das ist alles nur deine Einbildung. Aber hier ist etwas in meinem Zimmer, Mutter. Ich habe Angst. Es ist niemand hier. Hab keine Angst. Dinge erscheinen nur anders, wenn es dunkel ist. Aber es ist derselbe sichere Raum wie auch im Tageslicht. Verzeihung, aber wieso glaube ich das nicht? Du solltest wieder ins Bett gehen. Morgen ist ein großer Tag. Was für ein Tag, Mutter. Sei nicht albern. Morgen ist dein Geburtstag. Das ist morgen? Juhu. Psst. Vater schläft. Wir sollten es dabei belassen. Entschuldigung, Mutter. Geh jetzt einfach wieder ins Bett, Schatz. Oh, okay, Mutter. Gute Nacht, Schatz. Oh. Uff. Ist das... Ist der Raum jetzt gespiegelt? Ich hatte immer Albträume, als ich noch ein Kind war. Meine Eltern waren immer für mich da. Nach dem Albtraum. Ah, nee, sah nur so aus. Okay. Ich weiß gar nicht. Als Kind hatte ich so gut wie keine Albträume so richtig. Erst als ich älter wurde. Na ja. Hatte ich Glück. So, weiterhin unter Fremden. Ich glaube, die beiden haben nichts Neues zu sagen. Genau. Immer noch dasselbe. Dann gehen wir jetzt mal zu ihm hin. Ist es Ihnen gelungen, das Rätsel zu lösen? Ist es Ihnen gelungen, das Rätsel zu lösen? Es war viel zu schwierig für mich. Ha! Ich musste es mir nur einmal ansehen und habe es gelöst. So kinderleicht. Aber solche Dinge sind eben einfach für mich. Hier, nimm es und sei erstaunt. Oh je. Müssen wir nochmal mit ihm reden? Nein. Oh, ein Glück. Dann gehen wir jetzt zu den beiden hier hin und geben dann ihm das Rätsel. Moment. Achso, ist schon ausgewählt. Hey, ich habe es geschafft, das Rätsel zu lösen. Ich dachte, vielleicht möchten Sie es zurückhaben. Heißt du? Hm. Ich glaube nicht. Schlag einfach deinen dummen Stolz runter. Ja, ja, meine Liebe. Na gut. Lass mal sehen. Die Musik. Vierte. Von links. Kreis und. Viereck. Okay. Es ist Zeit, mein Liebling. Welche Zeit? Wir spielen Karten. Du kannst bei uns mitmischen, schätze ich. Natürlich kann er bei uns mitmischen. Hat dir geholfen? Das ist nett. Dankeschön. Und immer noch nicht mit ihr. Okay. Dann ist es jetzt Zeit, Karten zu spielen. Alles klar, die Regeln sind einfach. Der Gewinner erhält das Recht zu gehen. Lasst uns Karten spielen. Das Spiel. Hey, wie geht es euch allen? Ich frage mich, ob Mr. Blackwell wieder gewinnen wird. Äh, ich würde nicht darauf wetten. Sie wären überrascht. Hm? Egal. Ich habe das Gefühl, heute Glück zu haben. Ha. Bei diesem Spiel geht es nicht um Glück. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Und deshalb gibt es nur ein mögliches Ergebnis. Sie sind viel zu selbstsicher, Mr. Blackwell. Sie können nicht immer gewinnen. Die Zeit wird es zeigen, Madam. Immer dasselbe Thema. Können wir nicht einfach miteinander auskommen? Möge der beste Spieler gewinnen. Nein. Es ist etwas faul an dieser ganzen, dass er gewinnt. Ja. Du hast recht, mein Liebling. Aber wir sind vorbereitet. Hm? Lasst uns einfach spielen, okay? Alles klar, dann zeigt mir eure Hände. Ich kriege die Stimme einfach nicht unter. Egal. Pieckdame. Herz 10. Kreuzbube. Pieck 8. Karo König. Der neue Kerl ist am Gewinnen. Mr. Blackwell bedürft dich, deinen Ast, um zu gewinnen. Keine Chance, dass er das hat. Oh, ihr Narren. Seht her. Äh... Was ist das? Mr. Blackwell! Ich wusste es. Er betrügt. Nein, es ist nur... Du Betrüger. Ihr versteht nicht. Ich bin so nah. Ihr habt nicht das Zeug um... Sei still. Beruhigt euch bitte. Mein Schatz, du weißt, was zu tun ist. Ja. Lass es uns machen. Nein, was? Wartet. Irgendwie war das klar, dass sowas Böses passieren muss. Oh, wer ist das denn? Sein Nachfolger? Hm. Also wenn das hier die Nachwelt ist, dann kann man auch in der Nachwelt umgebracht werden. Na, wer weiß. Oh, Mrs. Goodwin und Häschen. Oh, das ist wohl unangenehm. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich muss in Bewegung bleiben. Jenseits der Tür. Okay. Ähm. Ähm, okay. Ähm, ich muss erst mal gucken. Ich nehme jetzt fast eine Stunde auf. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt noch weiterspielen werde. Aber ich würde schätzen, dass ich jetzt hier erst mal eine Unterbrechung mache. Obwohl. Ja, doch, ich mache erst mal eine Unterbrechung, wenn ich den Speicherpunkt finde. Und da ist er auch schon. Gut, ich habe das Spiel gespeichert, was auch immer das heißt. Gut, bisher gefällt mir das Spiel wirklich, wirklich sehr gut. Ich finde es, oh, irgendwie schon schauriger als den ersten Teil. Auf jeden Fall. Gut, dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr ihn auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu Twitter, Discord, Instagram und Patreon, wenn ihr mehr folgen und mich unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von DISTRAINT 2 wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.